Pflicht zur Arbeitszeiterfassung für Arbeitgeber, kurz kann man sagen Pflicht zur Stechuhr, das freut viele Arbeitnehmer, es wird viele gute Auswirkungen haben, aber es wird auch für einige Arbeitnehmer katastrophale Auswirkungen haben. Warum das so ist und wie du dich persönlich davor schützen kannst, dass du zu diesen Arbeitnehmern gehörst und deswegen deinen Job verlierst, da kannst du direkt was tun, das erkläre ich dir in diesem Video. Zunächst aber noch mal kurz zum Hintergrund, worüber reden wir. Das Bundesarbeitsgericht hatte entschieden, kurz zusammengefasst, aufgrund § 3 Arbeitsschutzgesetz ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, ein System zur Erfassung der Arbeitszeit einzuführen und das wird in den meisten Fällen über eine quasi Stechuhr gehen, natürlich nicht so ein uraltes Ding, was da jetzt an die Wand gepappt wird, an die alte Ziegelwand, sondern sicherlich modern, kann man am Rechner machen, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, aber auf jeden Fall ist er verpflichtet zur Einführung, wenn er das nicht macht, dann verstößt er gegen seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis, dann drohen ihm Bußgelder, weil das ja um Arbeitsschutzregeln geht, seitens der Behörden, es droht ihm eine Inanspruchnahme durch die Arbeitnehmer und es drohen ihm verschiedene andere Nachteile. Dazu hatte ich euch auf dem Arbeitgeberkanal, kannst du dir gerne dort auch noch einmal angucken, auf dem Arbeitgeberkanal hatte ich euch da für Arbeitgeber jetzt das schon mal so ein bisschen dargelegt, aber warum ist das Ganze jetzt denn so gefährlich, auch für Arbeitnehmer oder vor allen Dingen für Arbeitnehmer? Für Arbeitgeber ist es vielleicht ärgerlich, die verlieren Geld dadurch, für Arbeitnehmer ist es gefährlich, die verlieren vielleicht ihren Job und das liegt an folgendem. Es gibt im Arbeitsrecht ja die Möglichkeit einer fristlosen Kündigung und auch einer ordentlichen Kündigung wegen Arbeitspflichten verschwenden. Und einer der gefährlichsten Kündigungsgründe ist der sogenannte Arbeitszeitbetrug. Das kommt daher, dass heute viele Arbeitnehmer während der Arbeit in den sozialen Medien unterwegs sind. Unterm Tisch wird bei Facebook oder sonst wo was gemacht oder direkt auch auf dem Rechner. Und das führt dazu, dass sie in dieser Zeit nicht arbeiten und das lässt sich eben auch sehr gut, Klammer auf, Datenschutz mal hin oder her, Klammer zu, das lässt sich sehr gut nachweisen. Denn das Bundesarbeitsgericht sagt, der Arbeitgeber braucht ja nur einen Anhaltspunkt und dann kann er zum Beispiel den Browserverlauf durchsuchen, also einen Anhaltspunkt für eine Pflichtverletzung. Und diese Anhaltspunkte werden in der Praxis häufig aus dem Nachhinein kreiert. Man guckt erst, stellt dann fest, er hat was gemacht und dann sagt man zum Beispiel, ja, ich bin da zufällig mal an seinem Rechner vorbeigekommen und da war gerade ab in den Urlaub geöffnet. Oder Facebook-Privatseite oder der Instagram-Chat oder was auch immer, mit dem der Arbeitnehmer normalerweise auf der Arbeit nichts zu tun hat. So, das war bisher schon so. Nun hatten aber viele Arbeitgeber keine Arbeitszeiterfassung und deswegen war das nicht ganz so dramatisch, ja, weil ihr nicht so dieser Verstoß so direkt nachgewiesen werden konnte und weil die Arbeitgeber auch nicht so ein Jagdeifer hatten, das auch oft nicht wissen. Im Zusammenhang jetzt mit der Einführung der Stechuhr werden die Arbeitgeber darauf aber hingewiesen, ja, von vieler Seite. Also nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen. Und viele ärgern sich und gehen zu ihrem Anwalt und der Anwalt sagt, was machen wir denn? Naja, wenn das einer zu bunt treibt, dann check das Ganze mal, ja. Guck dir das mal an, was der da macht in seiner Arbeitszeit, denn das ist genau jetzt die Kehrseite. Wenn jetzt die Arbeitszeit erfasst wird und du dich eincheckst am Rechner, tatsächlich an der Stechuhr, durch Eintragung in eine Liste und gehst dann in die Pause zum Beispiel und checkst dich nicht aus, dann läuft weiter deine Arbeitszeit. Tatsächlich arbeitest du aber nicht. Du täuscht dem Arbeitgeber vor du arbeitest, tatsächlich arbeitest du nicht. Der Arbeitgeber zahlt dir deswegen, weil er denkt, du arbeitest, ja. Tatsächlich arbeitest du nicht, ja. Du begehst eine Täuschungshandlung, der Arbeitgeber hat daraus einen Schaden, du hast einen Vorteil, du kriegst ja Geld, obwohl du nicht gearbeitet hast. Und das ist der klassische Fall des Arbeitszeitbetrugs. Wenn jetzt ein paar Strafrechtler unter euch sind, dann hängt euch jetzt nicht an meinen Formulierungen auf, ja. Den Arbeitsgerichten kommt es überhaupt nicht darauf an, ob das wirklich im strafrechtlichen Sinne, ob man da irgendwie noch rauskäme, sondern die machen ihre Leinwertung, genau wie ich das mache, fürs Arbeitsrecht sozusagen. Das reicht uns Arbeitsrechtler. Es geht nämlich nicht um eine Strafbarkeit an sich, sondern für die fristlose, beziehungsweise hilfsweise ordentliche Kündigung reicht ja der Vertrauensverlust. Und der Vertrauensverlust, wenn die Handlung des Arbeitnehmers, der Arbeitspflichtenverstoß, im Bereich des Strafrechts ist, ja, aus dem, also in dieser Ecke ist, das reicht. Und deswegen werden wir in der Praxis hier eine Zunahme dieser Kündigung, und zwar massiv erfahren. Das wird übrigens auch ein Punkt sein, wie sich Arbeitgeber gegen Nachteile, wenn der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer dann vorgeht, Überstundenvergütung oder sonst was, auf der Basis der fehlenden Arbeitszeiterfassung argumentiert, dann wird der Arbeitgeber argumentieren, ja, Freundchen, du hast ja aber auch während der Arbeitszeit ständig Pausen gemacht oder warst im Internet unterwegs und dafür Zeugen bin. Aber das Schlimmste für den Arbeitnehmer ist eigentlich diese Gefahr der fristlosen Kündigung. Was kann ich jetzt also als Arbeitnehmer machen, um mich hier abzusichern? Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, dann gibt es einen ganz einfachen Rat. Während der Arbeitszeit arbeiten, gerade wenn du auf der Abschlussliste stehst, gerade wenn ein System neu eingeführt wird und du weißt, der Arbeitgeber macht das eigentlich nur widerwillig, dann musst du besonders vorsichtig sein. Also sei bitte vorsichtig, wenn du vom Arbeitsplatz dich entfernst, checke dich aus, halte die Uhr, die irgendwo läuft, an, stell dir einen großen Zettel auf deinen Tisch, dann sieht auch der Arbeitgeber, dass du dich bemühst. Viele Arbeitgeber werden ja jetzt nicht loswerden wollen, ja, aber wenn du auf der Abschlussliste stehst, dann musst du besonders vorsichtig sein. Abonnier gerne den Kanal hier. Ich werde euch berichten, wie das Ganze so abläuft in der Praxis. Und wenn du selbst schon eine Kündigung, eine Abmahnung oder einen Aufregungsvertrag hast, nutze doch unser Angebot einer kostenlosen telefonischen Erstberatung. Melde dich und wir sagen dir, was wir in deinem Fall machen können. Denn nur wenn du eine fristlose Kündigung oder eine ordentliche Kündigung bekommen hast, heißt das ja nicht, dass man die nicht noch gut angreifen kann und nicht vielleicht auch noch eine ordentliche Abfindung rausholen kann.